Der Bäcker 16! Ja, haus mit dem 3 Pfund das Klavier! Aber mein Liebchen, beruhige dich doch mal. Lähnchen, du hast mir immer alles erzählt. Ich frag dich jetzt noch einmal. Wer ist der Vater? Engels. Was? Engels. Engels. Unser Engels. Unser Engels. Der Fritz. Der Fritz. Unser Friedrich. Unser Friedrich. Also Jenny hat schon umgetrieben, wer ist der Vater des Kindes von meinem...